Für uns war es eine Ergänzung, aber es ist ja für jemanden, der bisher nichts damit zu tun hat, genauso interessant und genauso wichtig, der fang dann einfach mit dem an. Für uns war es eine Ergänzung, aber für jemanden, der glaubte etwas mitteilen zu können, oder er hat einen Stoff, um etwas mitzuteilen, für den ist das, wenn er ein bisschen Betreuung hat am Anfang und der auch das Selbstbewusstsein hat, dass er damit lebt, dass er sich irgendwie irgendwo hört und alles nicht, für den ist das sicher kein Problem, das kann man jedem empfehlen, das geht um Themen hat sicher jeder, über was er erzählen kann. Es gibt so viel, was man berichten kann, es kommt nicht davon, wie man es dann bringt, dass es auch für den nicht fertig ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020